moin moin meine lieben zocker freunde ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren folge transport fieber zwei hier auf kante zockt schön dass du eingeschaltet hast ich darf begrüßen an meiner seite den lieben manu aloha ja als schiff ahoy würde ich schon fast sagen ich weiß nicht wo der da hinten hin will aber kräftig kräftiger turn also viele neue fahrzeuge seht ihr ja gerade so wir haben jetzt alles mögliche hier wir haben aber auch sehr viel noch vorliegen 1820 und das muss alles darüber schöne schwere diesellox die zehn drei netten ein verlocker jungen jetzt hätte ihn ja mit der wirbel strombremse so wir wollen noch mal weitere zehn schiffchen da draufschmeißen weil wir einfach sonst nicht damit zurechtkommen mit der masse die wir hier brauchen der schwede ist das hier ok was auch wenn wir es noch mal eben was mache ich macht das aber auch im pausenmodus die brücke das ist mir ein bisschen zu schmal und die sieht auch nicht sehr er verkehrssicher was schiffe betrifft oder es ist eine verbindung also hat es brücke schaffen dann müssen wir kurzzeitig oder machen wir das im laufenden wir machen das im laufenden wir mögt er die herausforderung wir auch und deswegen machen wir das während des laufenden betriebes also wenn jetzt eine brücke hierüber spannen eine ersatzbrücke 1 2 3 4 der einmal rüber gehen der wagons oh ja jetzt nicht 40 fuß 40 fuß machen wir schon die ganze zeit aber es kam ein paar neue lackierungen dazu mal gucken kapazitiv dass ich noch was tut so das ist eigentlich so der einfachste weg runter einheitswagen zwei jahres passagierwagen der bürgermeister von berchtesgaden überlegen ob er die dann haben möchte was auch noch nicht mal hässlich geworden man nicht schlimm 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 ja es ist grausam ich weiß gar nicht wie ich mit mir leben soll ok jährig kann man muss man nicht so also gehen wir jetzt runter ich nehme mal unsere höhe weg gehen noch weiter runter dann gehen wir hier unten ran so damit haben wir jetzt einen ersatz geschaffen und werden jetzt die andere brücke immer sprechen sprengen sogar in einem war krass hätte ich nicht gedacht wir machen brücke neu und genau an derselben stelle werden wir das auch machen wir werden diese brücke von vornherein gleich viel spure ich bauen 1 2 ja die höhe ist gut auch nicht schlechten nehmen wir so aber ich ziehe noch ein ticken so ne hafen einfach zumindest weit räumig vielleicht noch ein bisschen verdrehen verdrehen ist nicht so gut ja auch nicht also machen wir das gerade rüber ach dann baut er drüben den anderen pfeiler herrn ok oder in der mitte über mitte das sieht dann besser aus ich denke auch dann kann man nichts von oben mit dem wegpunkt hier in der mitte durch link rechts rechts links durch verkehr mäßig ok das haben sie auch anders gemacht ich bin der meinung dass du sonst immer normal auf die normale ebene gehst durch die vier verbrennungszentrum war das öl zu klebstoff fabrik klebstoff zurück zu haben ja machen wir mal so ich glaube das ist ganz guter mittelweg dann haben wir nämlich hier schon mal den anschluss hergestellt und hier werden wir das auch ein bisschen umbauen es ist beängstigend manchmal ja wie war das mit killer vorwärmen zum vollen geht für dich so in ordnung ja ja ich würde schon brüllen kann man schon fast so lassen ok da müssen aber noch schienen rein hätte ich von vornherein machen können aber die eine firma hatte gesagt machen sie das im nachhinein das schaffen wir auch so könnte man theoretisch die behilfsbrücke entfernen alles was da an straße ist komm weg so dann gucken wir uns noch mal die schiffbarkeit an also die schiffe finden das schon sehr gut was wir jetzt gemacht haben so jetzt müssen das nur noch die trams gut finden was wir hier tun das ist nämlich jetzt abrufen abreißen das ist wieder eine hauptverbindungsstraße aber wir müssen einen sahne mäßigen übergang kriegen dr autos ist mal wieder muss ja leider noch mal was und das war die traum dadurch machen können ja es dreht ja nicht um durchfahren aber wenn wir hier was so du meinst die idee die ich von hatte ja ja du möchtest du das haben warum nicht ich möchte hier halten entspannten übergang haben ja ich weiß es ist vier spurig elektrisch ja ich weiß hier oben ist keine die kommen im moment nicht weg deswegen meckern sie gerade da machen wir aber gleich noch was den rest der strecke auch ausbauen vier spurig noch nicht gehirten geht nicht hin geht nicht dann lass uns erstmal würde ich erst mal lassen also wir müssen jetzt erst mal sehen dass wir unsere trams wieder angeschlossen kriegen das heißt der manu hat also wir haben eine vorgespräch machen aber vorgespräch und solltet ihr hier noch nicht dabei gewesen sein empfehle ich euch auf jeden fall mal auf dem freitag haben mit rein zu gucken ins live let's play was so recht aber wenn wir den augen weg dann bekommen wir hier nämlich entspannt an wasser entlang woran habe das jetzt also das kann wieder weg soweit dafür sorgen dass die trams ja wir müssen da gleich versorgen das weiß ich das hätte jetzt auch echt mal gut ausgesehen ja ziemlich mal aus das wird nichts weil wir die andere schon so lange gezogen haben doch 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 hatte das würde ich nicht müssen wir gleich noch umdrehen also uns ist das haus ein sichel schnitt hätte ich jetzt ungern so können wir das mitnehmen dann noch die ampel entfernen die ampel auf der seite auch noch von der brücke die straße weggerissen nehmen das ist nicht ganz so schön aber da können wir noch nicht weiter entscheiden weil das ist nachher aufgabe des würdige meisters durch haben sie es begriffen die sind schon von alleine umgedreht das heißt hier müssen wir jetzt noch eine entschärfung hinkriegen sozusagen das ist jetzt nur die hafenstraße ja genau die müssen wir auch noch mal ein hübschen kriegen ja wohl sonst haben wir keine verbindung mit ja das weiß ich dem ist mir und durch hause bewusst er wird man kriegs und vorne hindungen durch aber da würde ich ein windel und der verbindungsstraße machen an die kreuzung hier oben ran hier würden wir nämlich von hier kommen könnten wir unten lang fahren und von hier auch wieder da auf die straße rauf brauchen weil die wollten wir ja dann auch entsorgen verschieben wir wollten wir verschieben die kohle tromps trotzdem rein und dann möchtest du nicht doch dann super ja nehmen wir genau so ja sieht richtig gut aus läuft man und ich werde uns eigentlich wie schlimm ist das denn okay also hier steigt immer noch der kohlepegel aber die neuen schiffchen müssten eigentlich schon schwer auf dem weg sein ja hier machen sie schwimmen chaos wir haben noch schwere see und kisten nehmen nicht zu vergessen okay gut die lassen wir einfach mal machen die kohle tromps kann man jetzt eigentlich aus eisen rüberschicken ist ja so gut wie nix mehr da gar nichts mehr die warten hier für umsonst bestimmt kilo haben sie dennoch auf der linie ja wir können die einzelnen abrücken lassen der kann schon mal rüber auf die gt ab b reisen aber doch ein bisschen machen wir noch du kannst auch mit hin reisen zu steuern kannst du auch mit rüber also wir haben noch mal geguckt wegen den obland damit mich also im moment ein problem mit dem aufnahmeprogramm und mit meinem pc also beides spielt damit rein deswegen da gehen wir aber noch mal in die problemfindung mit dem lieben bahnung und dann kommen wir mal dass wir da was hinkriegen so alle die jetzt zurückkommt pack waren wird das denn gemacht da stand so in der beschreibung drin die vollen trams die tun sich ganz schön schwer naja wenn du also bergige strecken baust so also willkommen in katopolis kann man schon einen schönen aufenthalt der macht das auch direkt hat sich schon hat schon mit dem anderen kollegen gefunkt da kommen gar nicht mehr so viele zurück ne ach so die pfanne hier unten ans wasser ach guck mal jetzt schon der hausmeister hat ja schon ausgebaut direkt am kühler war nachdem da immer noch kein bus lang fährt stil muss wegen dem da am bus lang waren na toll du bist schon auf reisen linie hat das kloch gut dann könnt ihr jetzt erstmal rodeln wir haben ja noch genug zu tun auf der garte wir haben noch ich weiß gar nicht wo wir anfangen sollen wo wir aufhören sollen und überleitung vielen dank für deinen resub im 67. monat ohne pause vielen dank für deinen support in dir drei vielen 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 dank so ähm kohle läuft äh genau wir warten jetzt noch vor bevor wir jetzt in den nächsten güterplanungen gehen haben wir jetzt noch einmal braunschweig zu versorgen mit baumaterialien dann ähm im anschluss werden wir wieder nach braunschweig reisen denn äh braunschweig ist gewachsen äh braunschweig berchtes garten andere entschuldigung ja völlig andere ecke wieso lang du nicht bodenmeister zusatzst also hier wollen wir einiges tun was auch wie der öPNV und auch Nahverkehr ist da hat der bürgermeister sich schon wieder ganz tolle gedanken gemacht ähm wie er den Nahverkehr planen möchte und ähm ich denke mal am ende der aufnahmesession sollten hier hoffentlich werkzeuge rauskommen das ist so unser wunschplan ein heeresziel ja ja und diese aufnahme also was was folgen in dieser kann natürlich noch tausend sachen dazwischen kommen wir haben jetzt zum beispiel den schopau hier unten ganz super stadtnah die spielzeugherstellung also verpackungsfabrik ja ne das verpackte spielzeug ja spielzeugverpackung rankarren achso verpackungszentrum heißt es ja genau also es äh es wird nicht leichter erstmal habe ich ähm hier sehe ich gerade schon dass die steine an der äh grenze sind in der frage wird größer also werden wir nochmal zwei sprengungen vornehmen deswegen bauen wir nochmal ein bisschen mehr steine ab die hier dann verarbeitet werden zu baumaterial und dieses baumaterial wollen wir dann natürlich verwenden um auch in braunschweig ähm die versorgung mit baumaterialien zu verbessern äh dafür werden wir jetzt nochmal ein bisschen bauen das von hier aus ich hatte die zuführung überhaupt und von da ja ja dann der macht man die zuführung in braunschweig genau die idee war auch gerade bei mir 165 kann ich mit leben und dann haben wir erstmal eingleisig oder wir machen gleich zweigleisig zumindest hier in dem bereich dann können wir eine schöne entspannte kreuzweiche entsetzen vorbereiten und dann in in einen brellbock enden ob das spät er sich das spiel will mich heute wieder ja dann würde ich mal andersrum probieren und dann drüber 140 und auch passt super also besser mit sicher dass hier in dieser gruppe so und dann lassen wir das erstmal einspurig laufen eingleisig bis ans ende der welt ja da müssen dann ist da müssen dann müssen wir jetzt aufpassen dass man über die brücke rüber und dadurch ja also ich hatte das ja so gedacht wir haben das hier ja schon viergleisig und das eine gleis hier hinten ist ja dort das ende da ja und da erst mal gucken dass wir gleich machen ich würde ja sagen wir gehen hier unter der brücke durch und steigen dann wieder nach oben die strecke ist ja lang genug um da mal abzusinken parallel abzusinken wäre ja oder die andere idee wir fahren doch davon den stahlbahnhof ja folgt der strecke doch mal bis zum stahlbahnhof ich sehe da die möglichkeit dass wir an dem bahnhof vorbeikommen und in den anderen reinkommen so meinst du das dass wir parallel hier zu fahren am bahnhof gebäude auf der anderen seite vorbei der muss ja jetzt nicht rasend schnell sein dazu ja wir haben hier zwei züge drauf glaube ich kohlemäßig ja noch kommt die würde ich jetzt nicht tangieren bedingt okay auch mal eine schöne lieferstrecke gar nicht so einfach ausprobieren ja einfach ist ja eh nicht so unser ding doch dann schön dranbleiben ja wir kommen nicht rechts dran vorbei ich sehe da genug platz zwischen stahlwerk und ding also willst du ein extra tunnel verbauen fahren ja auch mit lkw es lang können hier vorne werden bahnsteig von der brücke drüber aber so drüber fahren ich sehe das trotzdem und schild oder wir gehen hier unten drunter durch und gehen dann auf das gleis wo du hin wolltest probieren wir mal unten drunter durch keine brücke denn dann schütten wir auf was sieht schon gar nicht so schlecht aus ja wir müssen ja nicht die komplette strecke so machen jetzt hier das letzte stück wieder abreißen was so die schlau doch geht lichtraum profil passt noch man muss ja nicht immer das ganze bis zum ende so lassen schön lang ziehen dann war noch eine schöne gerade so dann müssen wir natürlich ja wir wollen ja hier hin und zurück was doch ja ich auch soll rein da ein tonne rein und dann kommen wir bis hier vorne ran dann bauen wir uns da noch einen eigenen bahnsteig hier sind wir mit drüber hier sind wir im tunnel mit drin passersaal und dann nehmen wir uns hier einfach noch ein bahnsteiger an der seite ran leise oder aber schon mehr probleme gab beim bauen also ein bisschen was hat das gebracht was wir hier gemacht haben so wenn es würde er ans gleis rangehen was ist schon zu nah dran nachdem die rechts kurve ja gut ja geht sieht besser aus glaube wir haben den haben ihn gerade das falsche falsche richtung raus gefahren ja durch den bahnhofsbau hat es und zwar verhobt du hast ihn verhobt ich habe meine vorderfüße still gehalten beim bauen das war ja wieder klar dass du deine hufe still hältst so jetzt brauchen wir ja nur noch die zuführung und da ist jetzt die Frage äh wollen wir in braunschweig gucken dass wir da noch ein wurfgleis kriegen oder hier wir eher braunschweig bevorzugen ja sehe ich auch so wir ja da in der verschränkung noch machen tunnel das wäre so cool ne ich verstehe auch nicht warum es nicht funktioniert mal bis hier vorne wenn ich schnell sein aber schön doch sehe ich auch so noch ein paar signale wird ein bisschen schwierig an der stelle brauchen wir auch nicht aber das hier wirst du vielleicht noch weg sonst könnten die sich da nachher irgendwann in der wege stehen der ersten schikanen äh weiche schikane 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 also dann kriegen wir die Zuführung hin genau eine neue Linie ups erst Linienmenü dann zweimal die 1 drücken dann neue Linie die zweimal die 1 auf der 10 hat das du du rechts der zugestoßenen die den trick noch nicht kannten bauma sk bs bauma bauma versorgen oder so wir fangen hier an ich bin mal gespannt welches Gleis der ich es gerne hätte natürlich nicht das was wir vorgesehen haben natürlich nicht das was wir vorgesehen haben also boharnschweig rösti in skubaust gehen wir auf die dumm 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 ach so weil wir keine rückfahrt haben aber eigentlich müsste das doch damit hink ja oder haben wir irgendwo keine verbindung doch da haben wir verbindung schick ihn doch mal auf die 5 was vergessen stimmt was vergessen drei stück bestimmt irgendwo ein Gleis stück vergessen haben wir irgendwo beim abgang unter das ist das eigentliche problem das wollen er trotz gewesen sein ja mit sicherheit also es kann gar nicht anders sein klick problem gelöst I like it when the plan goes right oder so when well heißt das übrigens ja kann auch go left machen äh ja so elektrisch was haben wir denn da schönes der Zug 50 sieht eigentlich schon mal gar nicht so schlecht 150 mit 120er Waggon sagst du weiter unten gucken ob man noch was anderes dazu gekriegt haben hast du wieder nicht aufgepasst als die als die die E-Mails geschickt haben oder was die 10 3 haben wir neu dazu gekriegt das ist aber eher eine Personenlog von der Lockierung her und die sind auch viel zu schnell wir können ja auch mal gucken nach Bausteinchen große Kapazität Hänger und wenn wir nicht erstmal eine Lock aussuchen wenn wir jetzt schon in der Lockauswahl sind Flug das ist aber 100 kmh Hänger haben mit guter Kapazität dann reicht auch eine 100 kmh Lock haben wir nicht haben wir nicht typ mehr wollen wir im Moment gerade nicht gegen Schiffen willst du da nicht gegen Schiffen durch die Gegend verschiffen ach so guck mal da die Rümsen 100 die würden 100 fahren der ES zum Beispiel oben drüber und die würden sogar 20 bis 40 schauen die mit O ja und der ES Wagen 1 oben drüber der hat ja auch eine 100 ja da kannst du auch Baumaterial reinschütten und der könnte sogar den anderen Zug entlasten ach nee das wäre da woanders ich würde die Rümsen mal probieren die Rümsen mit O oder die Rümsen ohne O ach so die Rümsen warte mal die Rümsen wolltest du die mit mehr oder mit nimm jetzt mal die kleinen die kleinen und vielleicht einen großen und zwar als mal als beiden so mal als optische Unterbrechung von den Rungen ja oder was dann 200 Meter würde ich sagen oder 178 plus Lok wir gucken mal ich glaube eine kleine Lok die da jetzt noch hinterpasst mit 9 Metern schwierig durchaus also ich würde es mal mit der E50 probieren mit der E50 also Baureihe 150 klassische Schwerer leistung brauchen wir vielleicht auch nur eine 211 Meter wenn du mir erst mal nur eine es gibt es ist bauma versorgung ok schon mal losgefahren ist schon mal gar nicht so schlecht wenn es jetzt noch auf dem richtigen Gleis ankommt das ist umso besser das stimmt komm raus genau nicht keine Angst erste Baureihe noch mit den Runden Scheinwerfern war ja noch die Glühlampe für das rückwärtige Licht ja noch in der weißen Lampe integriert Glühli Glühli die Lampe und ich sagte mal ein Lokführer so schön ja ja gut bei der Funzel hat auswendig nicht geholfen es gibt ja die Baureihe 150 die ist ja mehrfach refitted worden auch an Privatbahnen verkauft worden und die haben jetzt zum Schluss sogar LED Scheinwerfer bekommen oha echt ja und es sieht optisch noch immer schlecht aus so wir haben hier die ersten Bauma achso die sind noch für Schkobau die kommt aus dem Rückweg auf den Rückweg bringt er hier die die Schlacke hin und nimmt dem Baumaterial mit für der ist ja voll voll in turn was hat der denn für eine Linie insgesamt man muss ja vier Haltestellen haben ne drei da holt hier Kohle achso das ist der Baumaterial genau das Baumaterial liefert hier ab holt hier Steine ab und fährt dann runter das ist der Kohlezug der nimmt die Schlacke mit der nimmt die Schlacke mit das ist ja unsere Rundfahrt und liefert am Schluss die Schlacke im Prinzip am Baumar ab und fährt dann wieder Kohle holen mit gut Wagen haben genau ist alles so komplex geworden aber es ist alles gut so wie es ist mal hier 500 das ist ja der nächste Zug müsste ja wieder ein großer sein der hier kommt da nö 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 ist auch kein großer wir haben glaube ich einen Zug 90 Zug 90 war glaube ich der overpowered und den nochmal kopieren na kopieren weiß ich nicht naja erstmal noch nicht da haben wir noch im Moment läuft es noch alles äh ich glaube unser Kohleschiff Thema könnten uns nochmal schauen äh das könnt ihr jetzt ja gut es kommen ein paar angelandet oh jetzt kommen wir bei alle hier aber guck mal wie schön das jetzt ist hier mit der Brücke so die anderen so rum brauchen wir dir noch nicht mal zu zeigen wie das funktioniert ok der eine fährt da raus der andere fährt hier raus ist ja nicht schlimm nur ein paar Kollisionen unter der Brücke mhm eher schwieriges Thema muss man irgendwo anders hingucken aber hier drei Schiffe liegen gerade an ja das fette liegt auch noch an kann man nicht hingucken krass dann wird er gleich ein bisschen was abgeholt ja hoffentlich weil wird auf der Tram liegt ja auch noch zurück haben wir noch nicht alle entsorgt ne ne haben wir noch nicht alle entsorgt weil wir müssten jetzt alle ne einer kommt noch zurück er fährt noch hin da ist noch einer zurück den können wir noch wegschicken auch gleich auf eisen die ecke zum abladen stimmt da bin ich ja auch schon nach einer um um der eck jetzt haben wir aber einiges welche holen jetzt dürfte die stadtfabrik auch gleich wieder richtig gut in fahrt kommen ja wenn die Trams das hier hinkriegen langsam ich glaube da müssen wir nochmal eine Regelung finden ja ich würde preferierend also andersrum zurückfahren zum Tunnel ich würde die Brot Trams da mal rausholen so ein bisschen kreuzen hier beide wir sollten auch vielleicht überlegen noch Bahnsteig fürs Brot übrig ein zweiter die Eisenlinie lieber andersrum reinfahren lassen und die Brotlinie auch Zufahrt die Eisen von der anderen Seite machen sein nur der Rückweg dann hier raus auf jeden Fall müssen wir was machen so wird das dann zwar eine gute Beschleunigung auch im Leerzustand vor allem das so da müssen wir bei pass auf seitlich zu fahren seitlich abfahren es rechnet es rechnet es rechnet es hat sich erledigt warte das ist noch einer von vorher dann haben wir vor dem Dings Update gebaut okay dann muss ich leider sagen dass wir an dieser Stelle die Folge beenden ich muss das jetzt eben neu starten und ich schneide ungern aber deswegen wir sind jetzt bei 36 Minuten das kriege ich leider jetzt nicht mehr gerettet ich würde sagen wir sehen uns wieder zu einer weiteren Folge auf jeden Fall die werden wir dann ein bisschen länger machen holen wir ein bisschen nach wir werden ein bisschen Nahverkehr in Berchtesgaden machen und ich denke mal wir werden viel Zeit in Berchtesgaden verbringen und diese werden wir dann einfach neu bauen ne also von daher vielen Dank fürs Zuschauen vergesst das Däumchen nicht es ist nur wie es ist es ist live es ist aufgenommen ungeschnittene Wahrheit und da bleiben wir von daher bis zum nächsten Mal euer Kante mit dem Manu Tschüss Tschüss Tschüss